Hallo ihr Lieben! Falls du es noch nicht mitbekommen hast, melde ich mich jetzt mit einer ultra-last-minute-mäßigen Ankündigung bei dir. Und zwar findet diesen Samstag am 6. Juni 2020 unser Online-Lern-Workshop statt. Und du hast jetzt noch die Chance, die Last-Minute-Chance, dich anzumelden. Also wenn du schon immer mal im Medizinstudium oder im Verwandtenstudienfach leichter und effektiver auswendig lernen würdest, wenn du keine Lust mehr hast, überfordert und überwältigt zu sein von diesen ganzen Bergen an Lernstoffen, keine Ahnung zu haben, wie du das in den Kopf bekommen sollst, dann könnte dieser Lern-Workshop genau das Richtige für dich sein. Schau mal vorbei auf happyhippocampus.com slash workshop. Und in diesem Workshop geben Fabi und ich dir wirklich unser ganzes Expertenwissen aus den letzten insgesamt, ich glaube, 22 Jahren an die Hand. Also die ganzen Tipps, die ganzen Tricks, die wir herausgefunden haben in unserem eigenen Medizinstudium, geben wir dir an die Hand. Wir zeigen dir, wie du endlich leichter, effektiver und nachhaltiger auswendig lernen kannst, wie du nicht tausendmal wiederholen musst den ganzen Lernstoff, sondern wie du ihn dir einprägen kannst und dann vielleicht noch ein-, zweimal wiederholen musst und ihn dann aber schon im Langzeitgedächtnis hast. Also es sind wirklich geniale Techniken, die wir dir an die Hand geben. Du wirst lernen, wie du diese ganzen Sachen wie Arterienäste, wie du Nervenabgänge dir auswendig merken kannst mit Leichtigkeit, wie du biochemische Stoffwechselwege lernen kannst, wie du Strukturformeln in Chemie dir merken kannst oder solche Sachen wie Aminosäuren, solche komplexen Sachen, bei denen unser Gehirn ja erstmal schreit, ah, wie soll ich mir das in meinen Kopf bekommen. Und diese ganzen Sachen bringen wir dir bei, auch wie du dir Formeln merkst, in Physik zum Beispiel, so mathematische Formeln. Wir geben dir unsere ganzen Hacks da an die Hand. Also nutz diese Chance, melde dich jetzt noch an, es sind Plätze frei. Ich packe dir den Link auch in die Videobeschreibung. Du bist herzlich eingeladen. Ich würde mich voll freuen, dich kennenzulernen am Samstag. Bis dahin, mach's gut. Ciao.